Hallo und herzlich willkommen beim Fielerfuchs. Heute stelle ich euch Briefmarken der Tschechoslowakei vor. Dass es in Japan, Indonesien oder Grönland Briefmarken mit Schiffsmotiven gibt, erscheint uns logisch. Aber Hochseeschiffe auf Marken der Tschechoslowakei? Diese war doch schließlich ein Binnenland inmitten Europas. Und dennoch besaß die JSSR eine große Hochseeschifffahrtsflotte mit bis zu 20 Schiffen. Und so wundert es auch nicht, dass am 27. September 1972 ein Briefmarkensatz mit 6 dieser Schiffe herauskam. Als Basis der Hochseeschiffe dienten die Häfen in Stettin, Rostock und Hamburg, wobei das meiste in Stettin umgeschlagen wurde. In Hamburg hat Tschechien noch bis 2028 einen eigenen Bereich des Hafens, den sogenannten Molderhafen, gepachtet. Aber du sollst in Stein, Rostock und Hamburg, den Chechnik, sprichst du den Köln, um den Köln, bis 5 zu 20 Schiffen. Und zwar bis 20. September 2020 ist es ein paar Millionen in diesem Köln. Aber du sollst in euch das machen, der Karoon aus ein paar Volk, die zu 20 Schiffen in der Rostock. Und dann brauche ich mich vor dir zuerst. Und dann machen wir einfach die Aufmerksamkeit. Und dann müssen wir uns hier wieder von 8. September 5. September 2017 einvastet. Und dann gehen wir uns die Schiffen verabschätten. Und dann können wir uns die Spielelein. Und dann können wir die zuerst in die Kirche aus isolated. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bis zum nächsten Mal. Euer Fieler Fuchs.